Herzlich Willkommen zur B1 Mündliche Prüfung. Mein Name ist Katrin Weber, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die Mündliche Prüfung. Die Mündliche Prüfung besteht aus drei Teilen. Teil 3 Gemeinsam etwas planen, Dialog Die Situation Sie möchten gerne gemeinsam einen Tag in die Natur fahren und dort Zeit verbringen. Die Aufgabe Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Wann? Wohin? Wie fahren? Mit dem Zug oder mit dem Auto? Was machen? Weitere Vorschläge? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Lieber Michael, schön, Dich wiederzusehen. Wie geht es dir? Liebe Susanne, es freut mich auch sehr, Dich wiederzusehen. Bei mir ist alles bestens. Wie war dein Wochenende? Hattest du eine gute Zeit auf der Geburtstagsfeier meines Bruders? Wie war dein Wochenende? Hattest du eine gute Zeit auf der Geburtstagsfeier meines Bruders? Ja, ich hatte wirklich eine tolle Zeit. Es war ein schöner Abend, und ich habe viele nette Leute kennengelernt. Ja, ich hatte wirklich eine tolle Zeit. Es war ein schöner Abend, und ich habe viele nette Leute kennengelernt. Am Sonntag, habe ich mich mit meiner Familie getroffen. Es war wirklich schön. Oh, das klingt toll. Wie geht es deiner Schwester und deinen Neffen und Nichten? Oh, das klingt toll. Wie geht es deiner Schwester und deinen Neffen und Nichten? Es geht ihnen gut, danke. Meine Schwester ist etwas gestresst, weil sie momentan viel um die Ohren hat, aber es ist nichts Ernstes. Das ist schön. Ich habe auch ein paar Neffen und Nichten, und es ist immer toll, Zeit mit ihnen zu verbringen. Ich habe auch ein paar Neffen und Nichten, und es ist immer toll, Zeit mit ihnen zu verbringen. Ja, das stimmt. Ich denke, Familie ist das Wichtigste im Leben. Da hast du absolut recht. Wie ist das Verhältnis zu deinen Eltern? Habt ihr ein gutes Verhältnis zueinander? Wie ist das Verhältnis zu deinen Eltern? Habt ihr ein gutes Verhältnis zueinander? Ja, wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Das ist schön zu hören. Michael, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir gemeinsam was Schönes machen. Das ist schön zu hören. Das ist schön zu hören. Michael, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir gemeinsam was Schönes machen. Ja, das glaube ich auch. Aber was könnten wir machen? Hast du Lust und Zeit, gemeinsam mit mir einen Tag in die Natur zu fahren und dort Zeit zu verbringen? Ja, das wäre wunderbar. Ja, das wäre wunderbar. Ja, das wäre wunderbar. Ja, ich eben auch nicht, und darum ist mir das eingefallen. Ja, ich eben auch nicht, und darum ist mir das eingefallen. Hast du dieses Wochenende Zeit? Ja, diesen Samstag ging es sehr gut. Ist das bei dir auch möglich? Ja, das passt optimal. Hast du Wünsche oder Ideen, was wir machen könnten? Ja, ich würde liebend gerne mal wieder zu einem schönen See fahren und dort etwas spazieren. Ja, ich würde liebend gerne mal wieder zu einem schönen See fahren und dort etwas spazieren. Das klingt großartig. Aber wir haben kein Auto. Das klingt großartig. Aber wir haben kein Auto. Ja, das stimmt. Ich denke, wir können mit dem Zug fahren. Wie findest du das? Oh ja, genau, daran hab ich gar nicht gedacht. Dann fahren wir mit dem Zug nach Oberösterreich ins Salzkammergut. Da gibt es viele Seen. Ja, und von der Zugstation können wir gleich etwas dorthin wandern und vielleicht dann am See, Boot fahren oder piknicken. Was denkst du? Das hört sich ja wie Urlaub an. Ich freue mich jetzt schon riesig darauf. Also, dann reserviere ich die Zugtickets für Samstag früh und später Nachmittag wieder zurück. Könntest du das Essen für das Picknick besorgen? Sehr gerne, kein Problem. Dann rechnen wir danach ab, wie viel jeder ausgegeben hat. Ja, so machen wir es. Sag mal, hast du auch eine Picknickdecke dabei? Nein, leider, aber ich glaube meine Nachbarin. Ich habe sie damit schon mal im Park gesehen. Ich werde sie fragen. Wir helfen uns immer gegenseitig. Ich werde sie fragen. Wir helfen uns immer gegenseitig. Das finde ich aber toll, dass man so ein gutes Nachbarschaftsverhältnis hat. Ja, das stimmt. Darüber freue ich mich immer. Also, dann sehen wir uns am Samstag am Bahnhof. Ich schreibe dir noch die genaue Abfahrtszeit. Ist das okay für dich? Ja, perfekt. Wir sollten aber vielleicht gleich entscheiden, zu welchem See wir fahren. Dann kannst du den Zug gleich richtig raussuchen. Ja, perfekt. Wir sollten aber vielleicht gleich entscheiden, zu welchem See wir fahren. Sicher. Ich habe an den Traunsee gedacht. Sicher. Ich habe an den Traunsee gedacht. Weil nach Gmunden mein Zug geht, und das liegt direkt am Traunsee. Da ist es wirklich wunderschön. Was hältst du davon? Okay, dann machen wir das. Ich war noch nie dort. Also, wird das für mich etwas ganz besonderes. Ja, bestimmt. Also dann bis Samstag. Bis Samstag. Mach es gut. Bis Samstag. Mach es gut. Bis Samstag. Mach es gut. Bis einemなんだ Geburt. Bis Samstag. hjälptescreen. Mit perfectem BlitzenД jubilen Schotzener Leave ihm bei uns kunderschöten Kumpel scharf! Bis zum Wagen! L physisch leben!